Ich hasse es, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Vater ist von uns gegangen. Ihnen stehen 1,2 Millionen Dollar zu, aber es ist eine kleine Komplikation eingetreten. Seine Schwester wurde in die Eloise Nervenheileinstalt eingewiesen, aber nie wieder entlassen. Wir brauchen einen Beweis für Ihren Tod. Wir brauchen die Sterbeurkunde aus dieser Nervenklinik, Eloise. Die ist vor 30 Jahren abgebrannt, oder? Schnell rein, schnell raus. Ist ein Kinderspiel. Yo, was war das? Hast du Schiss? Ich hab keinen Schiss. Hier haben Sie im Winter die Leichen aufbewahrt. Dieser Ort macht mir echt eine Gänsehaut. Oh mein Gott. Schnappen wir uns die Urkunde und dann raus. Ihre Kritiker haben sich ausgesprochen negativ über die Form Ihrer Therapie geäußert. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Sie übernehmen. Jesus. Schnappen wir uns die Urkunde ausgesprochen. Scotty? Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Was zur Hölle? Alles okay? Das bin ich. Was war das? Es ist Zeit für deine Behandlung. Nein, lass mich in Ruhe! Wir dürfen nie vergessen, dass wir helfen. Hilfe! Lass mich raus! Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Was? Willkommen weh? Vielen Dank.